Noch Dings nochmal schnell hier Steine drüber her, gib mir her, dann gib mir auch ein paar Steine So, hör mal Steine her Ich glaube ich hab nur den... Ne, den hab ich nicht, hab ich nicht Einfach von hinten von der Wand ansetzen, dann immer oben dran Du hast den unten angesetzt, ok, warte mal Weil, ja, du musst immer unten ansetzen, weil es sieht halt viel, viel geiler aus Wenn das über dem Wasser ist, dann sieht man halt die... Unten diesen hässlichen Boden auch vom Wasser nicht, weißt du? Ja, Papa? Ja, Bebe? Ja So, und dann wird später einfach nur noch von hier Hier kommt dann so ein Tor hin, ein Zauntor Jo, das muss ich mir aber auslocken, mein Großer Siehst du, deswegen hab ich fünf gemacht, weil dann kommt... Die Gatter kommen dann einfach nur in die Mitte immer Ja Das baue ich jetzt noch fertig hier Bisschen hast du ja deine Festplatte noch, ne? Ja, aber jetzt wird's knapp Ja, man sollte schon ordentlich ausreizen He he So, siehst du Mach mal hier noch Noch einen Ja, oder so Ne, wobei, da können wir doch noch auf die andere Seite Mach mal hier noch weiter Ne, das soll ja abgegrenzt sein, die... Das Weizenfeld Das ist ja die Abgrenzung für das Weizenfeld Und hier kommt dann ein eigenes, so kleines Melonfeld So groß muss das Melonfeld nicht sein Ich find das Weizen ist viel wichtiger Weil davon... Weil da kannst du ja Brot draus machen Weißt du? So, dann komm mal Alter, wie geil das aussieht jetzt Wir gucken uns nochmal die Mühle an hier Ja, warte mal kurz, ich komme Wie cool das aussieht Ja, was wir heute geschafft haben, ist natürlich wieder mordsmäßig viel Ein bisschen mit dem Hintergrund von meinem Sohn Aber das stört ja nicht Wem stört, muss ich ja die paar Parts nicht angucken Ach, das sieht so geil aus Das sieht einfach so geil aus Und dann ab in die Mühle ausloggen Ah, nö, ich geh... Ah, ja doch, da ist ja ein Bett, ja Ja, okay, wir bauen ja sowieso beim Feld weiter, deswegen... Hör zu, genau Das ist einfach so mega geworden Auch das hier noch Das Feld, wenn das dann alles mit Weizen bewachsen ist Und dann anfängt zu wachsen, das wird so geil Ja... Wir sagen danke fürs Zuschauen, YouTube Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Minecraft Tschüss, bis dann Haut rein, tschö